Soll ich denn kalt? Nö, aber der Platz war gerade zu kalt. Jetzt tupf dich mal mit deiner Scheißkamera rein. Dann kannst du dich rüber machen warm und dann dachten sie. Mach ich mal. Schau mal, meine Bilder sind natürlich da gar nicht mehr, gell. Das war auch nicht wahr, so ein Kindbilder, gell. Mach mal die Kamera auf.